Er hat einmal die gesamte Achterbahn des öffentlichen Lebens mitgemacht. Er war heiß begehrt und schwer beliebt bei den Teenies, als er bei der Boy-Band aus Five dabei war. Er hat sich als Dschungel-Liebhaber erst Freunde und dann auch viele Feinde gemacht. Er musste im Reality-TV-Trash-Format lernen, dass nicht alles, was man so im Dschungel spricht, dann auch im Dschungel bleibt, sondern es verfolgt einem durchaus auch monatelang noch im Leben danach und das damit dann auch die Familie belastet werden kann. Heute schaut er zurück und sagt, dass alles war gut, so wie es war, denn dadurch bin ich ein Stück erwachsener geworden. Ist immer so ein spitzen Satz, hört sich gut an. Schauen wir mal, was da wirklich dahinter steckt. Wir freuen uns sehr. Einen schönen guten Abend, Jay Khan. Ich freue mich auch. Schönen guten Abend. Wir müssen natürlich im Moment jetzt als erstes über das Dschungelkind sprechen. Ich weiß, du guckst es nicht viel, nur ab und zu mal. Nicht wirklich. Also die Couch ist nicht reserviert. Das tue ich nicht aus Prinzip, aber irgendwie beschäftige ich mich ehrlich gesagt gar nicht. Wenn ich mal durchseppe und es läuft, dann schaue ich natürlich rein, aber ich habe es ja schon gemacht. Das ist das Spannende mit deiner Erfahrung als selber Dschungelcamper. Was empfindest du für diese Menschen, wenn du die da siehst? Auf jeden Fall kein Mitleid. Wenn ich jetzt Dschungelszenarien mir anschaue im Fernsehen, muss ich schmunzeln. Und ich bin sehr froh darüber, dass es so ist, trotz nach der ganzen Kontroverse, weil es war nach wie vor eine tolle und vor allem sehr prägende Zeit. Ein guter Freund von mir mittlerweile, Thomas Rupprath, der mit mir im Dschungel war, einer meiner besten Freunde mittlerweile. Er schaut das zum Beispiel mit seiner Frau wirklich prinzipiell, pflichtgemäß jeden Abend an. Liegt vielleicht auch daran, dass er auch vor seiner eigenen Teilnahme es gerne verfolgt hat, was ich nicht getan habe. Das Thema für mich ist abgeschlossen und demnach tankiert es mich ehrlich gesagt auch nicht. Wenn ich sehe, dann amüsiere ich mich drüber und amüsiere mich vor allem über die Tatsache, dass wirklich einige Menschen sich offensichtlich scheinbar vorher nicht genügend Gedanken gemacht haben, in was für ein Format sie sich da begeben. Woran machst du das fest? Das mache ich an deren Verhalten fest und deren mangelndes Ausdauervermögen kundig. Und zwar, wenn du in ein Dschungelcamp gehst und nach zwei Tagen oder einem Tag selbst anfängst zu weinen und klar offensichtlich überfordert bist, natürlich, Überraschungen können immer auftauchen und Sachen können immer auf einen anders irgendwie einschlagen als erwartet. Aber wenn das nach so kurzer Zeit passiert, in einem Format, wo du dich mental darauf vorbereiten musst, unter Umständen 16 Tage drin zu bleiben, dann bist du einfach fehl am Platz. Wie viel ist denn da echt? Alles. Und wie viel wirklich? Absolut. Aber da geht doch jeder rein und überlegt sich vorher, wie möchte ich denn von den Zuschauern wahrgenommen werden? Wie möchte ich mich denn darstellen? Also, dass eine Michaela, die da gerade drinnen ist und ständig ihre kleine exhibitionistische Ader raushängen lässt und mit einem gefühlten Stoffstreifen bekleidet ist, das ist sie doch, weil alle Jungs dieser Erde sagen, mir anrufen die mal drinnen bleiben. Vielleicht. Aber ich gebe dir mal meine Meinung dazu. Für mich ist eine Michaela Schäfer tausendmal authentischer, ehrlicher als beispielsweise einer Ex-Tic-Tac-Toe-Mädel. Oder Marlen, Jazzy. Ich kann bei einer Michaela, und ich meine mir einbilden zu können, dass ich schon eine recht gute Menschenintuition habe. Sie zieht ihr Programm kompromisslos durch. Jetzt mag jemand sagen, okay, ist doch vollkommen berechnend, aber sie ist das. Sie spielt da niemanden. Und sie lässt sich da nicht einreden. Ich habe sie nicht einmal erlebt, wo ich reingesappt habe, auch geschweige denn mal gehört, dass sie irgendwo hinterlistige Intrigen spinnt, dass sie über Menschen lästert. Sie ist gegenüber allen relativ kommunikativ, offen, zieht aber ihr Ding durch mit ihrer Nacktschau. Und davor ziehe ich eher den Hut, als vor jemand, der reingeht und auf einmal nach 16 Stunden merkt, ich bin auf Entzug. Du hast gerade diese Lästereien angesprochen. Kann man die Kameras da vergessen? Nein, das ist absoluter Schwachsinn. Also ich zumindest nicht. Ich konnte die Kameras absolut nicht vergessen. Und deswegen war ich halt auch immer paranoid, weil es gibt nicht nur vier, fünf Kameras wie bei einem normalen Dreh in einem TV-Studio, sondern du hast insgesamt, glaube ich, 340 Kameras sind es insgesamt. Die sieht man auch. Die sind nicht jetzt irgendwie versteckt dann irgendwelche? Du siehst natürlich nicht alle, aber du siehst mit Sicherheit, wenn du mal durch das Camp gehen würdest, könntest du locker 50 bis 60 aufzählen. Und das ist schon krass. Du wachst auf und hast zu deiner linken oben aus dem Ast eine Kamera hängen, zu deiner rechten unten, dann eine große aus dem Steingebirge. Überall sind sie und überall siehst du sie. Jemand, der sagt, dass er die Kameras komplett vergisst, nein. Also dir war das klar, das ist präsent? Absolut. Und gerade auch in der Instanz, wo es halt bei mir oder bei uns im Camp drunter und drüber ging und ich auf einmal mit etwas konfrontiert wurde, womit ich gar nicht gerechnet habe und wo ich offensichtlich zugegebenermaßen meinen Kopf verloren habe, da wurde ich erst recht aufmerksam auf die Kameras. Sprich, das war, glaube ich, bereits schon Tag 10, Tag 11. Und erst in dem Moment, wo du dir generell unsicher in deiner Haut vorkommst, da sind die Kameras noch präsenter in deinem Umfeld. Also ich habe sie nie vergessen. Das heißt nicht, dass ich jetzt eine Rolle gespielt habe. Ich war Herr meiner Lage, weil ich mich genau so gegeben habe, wie ich bin und gemerkt habe, dass das auch genau der Weg ist, überhaupt sein zu können in so einem kranken Format. Ich habe mich sehr gut in das Team eingegliedert. Das war für mich die größte Herausforderung, neben der natürlich Nahrungsumstellung. Und auf einmal aus nichts wird dir etwas an den Kopf geknallt. Und da ich ein Mensch bin, der irgendwo kontrollfixiert ist, das liegt nun mal an meinem Naturell, war mir sehr wohlbewusst, dass da gerade eine labile Person mir die unglaublichsten Dinge an den Kopf prangert und draußen neun Millionen Menschen das gerade mitbekommen. Und da hatte ich reflektierend, zurückblickend, nicht die Coolness, die ich gerne gehabt hätte. Du sprichst gerade von der Situation mit Sarah Knappigdingens-Bummens, die vorgeworfen hat, du hättest dir ein unmoralisches Angebot gemacht. Regt es dich deswegen so auf, weil es auch dein Leben die Monate nach dem Dschungelcamp noch nachhaltig beeinflusst hat? Also dass du plötzlich vom Sympath zum Antipath wurdest? Ja, das hat mich anfangs extrem aufgeregt. Direkt als der Dschungel fertig war, da hatte ich extreme Schadensbegrenzungen zu tätigen. Fakt ist, dass du unter dieser Situation und all diesen Geschichten, was da nun dran ist oder nicht, sehr zu leiden hattest und wir haben, als wir gerade eingestiegen sind mit dem Dschungelcamp, hast du gesagt, du hast kein Mitleid mit den Menschen. Ich habe manchmal so das Gefühl, diese Kakerlaken-Esserei und alles, das ist Pille-Palle und Kindergarten gegen das, was auf die Kandidaten wartet, wenn sie da rauskommen. Wenn sie nämlich plötzlich sehen, wie sie eigentlich dargestellt worden sind. Weil davon haben die ja keine Ahnung. Und darüber müsste man, also da hätte ich schon Mitleid. Ja, aber da tue ich mir ja selber nicht mal leid. Was mich extrem tangiert, ist, dass es absolut nicht der Wahrheit entsprach, das aber teilweise, zumindest anfangs, so von den Medien übernommen wurde. Aber viele Sachen entsprechen doch gerade nicht der Wahrheit. Das wird doch zusammengeschnitten, damit es möglichst fies und gemein ist. Es gibt eine perfekte Anekdote. Es gibt diese besagte, legendäre Szene, wo ich zu Indira sage, wir sollten baden gehen. Der eigentliche chronologische Tatbestand, wo ich diesen Satz ihr zugesprochen habe, fand vor der Eskalation statt. Also sprich, das wurde so hingeschnitten, dass du so wie der abgebrühte Weiberklamacher dastehst, der erst mit der Blondine Ärger hat und dann mit der Brünette in den Tümpelzug. Richtig. Und ich wurde in dem Moment für eine Quote geköpft. Aber du würdest wieder in den Dschungel gehen, gell? Absolut. Es war eine tolle Erfahrung. Nichts zu essen zu kriegen und öffentlich geköpft zu werden? Charakterlich, menschlich ist das das Beste, was mir hätte je passieren können. Was hast du denn da über dich erfahren? Jetzt kommt die Kehrseite, genau. Ich bin ein Mensch. Ein Control-Freak nennt man sowas. Immer Herr meiner Lage gewesen. Immer die Zügel in seiner Hand. Wenn irgendwas auch nur ansatzweise außer Rand und Band gerät, musste es sofort korrigiert werden, sodass ich wieder irgendwo meine innere Ruhe fand. Innere Ruhe war für mich gleichgestellt mit Kontrolle und Routine und alles sitzt. Und das hat auch in der Regel immer geklappt, weil ich eigentlich eine Persönlichkeit bin und habe, die sich relativ gut durchsetzen kann. Es gab sehr oft Momente in meinem Privatleben, auch vor dem Dschungel, wo ich logischerweise meinen Kühlkopf verloren habe. Und ich kam nie in die Situation, es so geregelt zu bekommen, dass irgendwann mal ich sagen kann, ich bin geheilt. Ich kann trotz einer Situation, die gerade aus dem Nichts erscheint und mich außer Rand und Band nimmt, cool bleiben. Das ist mir nie gelungen. Und im Nachhinein sehe ich so, ich habe einen sehr vertieften Glauben zu Gott, im Nachhinein sehe ich so, dass der liebe Gott da oben einfach zum Entschluss kam, Junge, du trägst dein Herz am rechten Fleck, aber um diesen Charakterzug aus dir rauszukloppen, musst du einfach eine riesen Klatsche bekommen. Und das war die Klatsche, die ich gebraucht habe. Ich bin viel gelassener geworden und lasse Dinge viel eher einfach ihren Lauf nehmen lassen als früher. Du brauchst auch eigentlich gar kein Dschungelcamp mehr, sondern du brauchst das, was du dir auch wünschst, nämlich Kinder, die sind für so Kontrollfreaks wie dich großartig. Die kann man nämlich nicht kontrollieren. Ich liebe Kinder. Die tun nämlich, was sie wollen. Ich liebe Kinder. Und da muss man diesen ganzen Kontrollirrsinn mal loslassen. Ich liebe Kinder. Bloß, ich glaube, ich wäre ein sehr guter Vater. Willst du, dass du da loslassen kannst? Wo? Bei deinen Kindern. Ich bin auch ein Kontrollfreak und das ist echt anstrengend. Es gibt nichts Grausameres als eigene Kinder. Hast du gesagt, es gibt nichts Anstrengendes als eigene Kinder? Ja, weil es gibt niemanden auf der Welt, der dir den eigenen Spiegel so vorhält. Und zwar bedingungslos. Das glaube ich dir. Nicht diplomatisch, nicht freundlich, nicht verpackt, sondern einfach nur so bist du. In die Fresse. Und das tut weh. Trotzdem will ich Kinder. Wie viele? Zwei. Und ein Geschlechterwund oder Hauptsache gesund? Hauptsache gesund. Ich glaube, du bist ein Mädchen, Papa. Du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Ich würde mich über einen Jungen genauso freuen wie ein Mädchen, aber ich habe mich seit geraumer Zeit, seitdem zwei sehr enge Bekannte von mir Mädchen bekommen haben, die auch aber Söhne haben, sofort gespürt, ich bin Mädchen-Papa. Du weißt aber, dass das für die Männer sau anstrengend ist, gell? Whatever. Okay, ich sag's dir nur. Ja. Ja. Mag sein. Gut, weil es gibt so bestimmte Zeiten, da sind alle gleich schlecht drauf und dann... Das glaube ich. Okay. Ich habe... Nicht, dass ich dich nicht vorgewandt hätte. Ich habe zwei junge Geschwister, die sind knapp zehn Jahre jünger als ich. Sie sind Flinningsbärchen. Richtig. Und die sind jetzt 20 geworden. Sprich, als sie 14, 15 war, war ich Anfang 20, Anfang Mitte 20 und da habe ich schon einiges erlebt. Und gerade meine Schwester in Sachen Spiegel vorm Gesicht halten, sie vervielfacht nochmal mein Ding und mein Superlatives. Also ich bin schon relativ extrem und ziemlich temperamentvoll und emotional. Sie springt da den Rahmen. Von wem kommt das? Ist das das Pakistanische vom Papa oder das Britische von der Mutter? Oder wer ist da bei euch so der Temperamentshöhlenhut? Mein Vater ist auch sehr temperamentvoll, aber auch sehr herzlich zugleich. Also er ist der herzlichste Mensch, den ich kenne. Und das sage ich nicht nur, weil er mein Papa ist. Wie hat der das denn ausgehalten, als die ganzen Reporter da bei ihm am Restaurant rumgelungert sind? Das ist, glaube ich, für ihn zehnmal schlimmer als für mich. Ja? Ja. Habt ihr darüber gesprochen? Absolut. Ich werde nie vergessen, als ich zurück aus Australien kam und wirklich 20 Reporter vor meiner Haustür waren und ich war erst mal drei Tage nicht draußen. Und am zweiten Tag, schon nach meiner Rückkehr, die ersten Tage war ich mono und einfach nur in meinem Bett. Und dann am zweiten Tag, der erste Mensch, den ich gesehen habe, war mein Vater. Er kam an die Tür nach der Arbeit und ich habe die Tür aufgemacht und da kam jetzt nicht ein. Junge, was hast du gemacht oder geht es dir gut? Alles, was ich gesehen habe in seinem Gesicht, war Angst. Das war für mich sehr bezeichnend. Das hat mich extrem fertig gemacht, weil mein Vater ist ein tierisch stolzer Mensch und vor allem tierisch stolz auf das, was sein Sohn erreicht hat. Für einen Einwanderer aus Pakistan, der mit 17 nach Berlin kam, um in einer Fabrik irgendwie Schnürsenkel zusammen zu pflücken, dessen eigener Sohn in die öffentliche Welt getreten ist, damit auch extrem viel Erfolg gefeiert hatte, ist für ihn eine Riesenrealisation und auch mitunter Teil seines Erschaffens logischerweise. Und er durchlebt das so extrem krass mit, wie man es nur als außenstehender Mensch miterleben kann. Also, wenn es mir schlecht geht, wenn ich gerade mal einen Hänger habe oder irgendwie eine TV-Show scheiße lief oder eine Berichterstattung nicht gut war, dann fühlt er das mindestens genauso wie ich. Ich bin da eher derjenige, der ihn beruhigen muss. Was natürlich mir gut tut, weil gerade in Phasen, wo du selber irgendwo down bist und du merkst, dass jemand, der ist noch mehr am Arsch, mobilisiert dich automatisch irgendwie auch ein bisschen, dich zusammenzureißen. Eins würde ich gerne noch wissen. Haha. Ja. 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 Ja.